Pia, Nia, kommt mal raus! Hä? War das Papa? Was will er denn? Schaut mal, was ich gekauft habe! Kommt raus! Ich verstehe gar nicht, was er sagt. Ich glaube, er will, dass wir rauskommen. Aber warum denn? Ich koche gerade. Soll ich mal gucken gehen? Ja, frag mal, was er will. Äh. Cool, oder? Was ist das? Das ist mein neues Motorrad. Mama wird sehr böse sein. Ach, Unsinn. Hol sie mal her. Bist du sicher? Hast du keine Angst vor Mama? Nein, sie findet das Motorrad bestimmt toll. Na gut, ich habe dich gewarnt. Und, was will Papa? Er hat ein Motorrad gekauft. Er hat was? Papa hat ein Motorrad gekauft. Wie bitte? Verstehst du mich nicht? Kannst du mal bitte auf Max aufpassen? Ich gehe mal zu Papa. Okay, kein Problem. Danke, mein Schatz. Hallo, Schatz. Guck mal, was ich gekauft habe. Schatz, wohin gehst du denn? Ich glaube, Pia gefällt das Motorrad. Haha, ich freue mich. Mia, sollen wir mal fahren? Und, wie findest du das Motorrad? Gut. Echt? Nein. Papa wird das Motorrad wieder verkaufen. Was hat Papa dazu gesagt? Er weiß es noch nicht. Mia, komm, lass uns mal fahren. Das wird voll Spaß machen. Mia, willst du mal fahren? Das Leben ist so schön. Also, sollen wir eine kleine Tour machen? Ähm. Warum guckst du zu Mama? Will Mama etwa mit mir fahren? Pia, komm, dann fahren wir zuerst. Ich glaube nicht, dass Mama mit dir fahren will. Wieso nicht? Mama gefällt das Motorrad doch. Paul? Ja, Schatz. Wie viel hast du für das Motorrad bezahlt? 14.500 Euro. Warum? Du wirst es wieder verkaufen. Ich bitte dich darum. Hä? Wieso denn? Gefällt dir das Motorrad nicht? Nein. Wir können auch ein anderes Motorrad kaufen, Schatz. Ich glaube, du verstehst es nicht, Schatz. Was meinst du, Pia? Motorräder sind viel zu gefährlich. Ich möchte nicht, dass du Motorrad fährst, Schatz. Hm, aber ich bin doch erwachsen. Paul, du hast zwei Kinder. Hm, ja. Stell dir vor, du hast einen schweren Unfall. Dann haben deine Kinder keinen Vater mehr. Aber ich kann gut Motorrad fahren. Ja, aber es kann immer etwas passieren. Hm, soll ich das Motorrad jetzt echt wieder verkaufen? Liebst du mich, Paul? Ja, tue ich. Dann verkauf bitte dieses Motorrad. Okay, du hast recht. Aber einmal will ich noch fahren. Okay, dann fahr noch einmal. Kann Mia mitkommen? Oh ja, das wäre cool. Darf ich das, Mama? Eher nicht, Schatz. Wieso denn nicht? Ja, wieso denn nicht? Das ist viel zu gefährlich. Mia soll nicht mit dir fahren. Nur zehn Minuten, Pia. Genau, nur zehn Minuten, Mama. Ich passe auch auf beim Fahren. Genau, Papa passt auf beim Fahren. Na gut, aber nicht länger als zehn Minuten. Und du passt auf Paul. Danke, natürlich, Schatz. Danke, Mama. Ich liebe dich. Du bist die beste Frau der Welt. Ich weiß. Komm, Mia, wir gehen. Nimm bitte deinen Helm mit mir. Oh ja, den darfst du nicht vergessen. Ja, mache ich. Paul? Ja, Schatz? Woher hast du eigentlich das Geld für das Motorrad? Äh, ich habe das Geld gespart. Warum weiß ich davon nichts? Das sollte eine Überraschung werden. Das Motorrad sollte eine Überraschung sein? Äh, ja. Ich verstehe. Wir werden einen Urlaub buchen, wenn du das Motorrad verkauft hast. Das ist eine gute Idee. Ich liebe dich, Schatz. Mia, wo bist du? Lass uns fahren. Ich komme. Boah, das wird so cool. Da bist du ja. Komm, wir fahren. Ihr passt bitte wirklich auf. Ja, mach dir keine Sorgen, Mama. Wir sind gleich zurück, Schatz. Soll ich Max eigentlich auch mitnehmen? Nein, Paul. Na gut. Komm, Mia, wir fahren jetzt. Na, hoffentlich geht das gut. Wie schnell fährt das Ding? 310 Kilometer die Stunde. Wow. Werden wir so schnell fahren? Haha, mal sehen. Steig mal auf das Motorrad. Aber wie geht das? Moment. Ich steige zuerst drauf. So, jetzt kannst du draufsteigen. Vor dir oder hinter dir? Hinter mir, mein Schatz. Schatz, du kannst dich nicht vor mich setzen. Okay, ich versuche es. Ist es bequem, Schatz? Ja, das ist voll cool. Sollen wir losfahren? Ja, gib Gas. Halt dich fest. Cool, oder? Ja, fahr mal schneller. Okay, dafür muss ich aber aus der Stadt fahren. Hier darf ich nur 50 fahren. Okay, fahr aus der Stadt. Wie schnell fahren wir jetzt? 85 Kilometer die Stunde. Findest du das schnell? Ja, kannst du aber noch schneller fahren. Ja, bis 100 dürfen wir hier fahren. Soll ich Gas geben? Ja, fahr schneller. Okay, mach dich bereit. Und halt dich gut fest. Okay, Papa. Wow, das ist unglaublich. So, schneller darf ich nicht fahren. Papa. Ja, mein Schatz? Was ist das da auf der Straße? Hä, was meinst du? Oh nein. Da ist eine Kur auf der Straße. Weich doch aus. Ich kann nicht mehr ausweichen. Wir sind zu schnell. Geh von der Straße runter. Kannst du nicht bremsen? Doch, ich bremse. Halt dich fest, Mia. Ja. Hörst du mich, Schatz? Sie hört mich nicht. Ich muss etwas unternehmen. Ich komme, Schatz. Mia, sag etwas. Hatten wir einen Unfall. Ist alles in Ordnung? Hast du Schmerzen? Ich weiß nicht. Ich rufe sofort einen Krankenwagen. Muss ich morgen zur Schule gehen? Jetzt denk doch nicht an die Schule. Und was ist mit Döner? Ich kaufe dir so viel Döner, wie du willst, wenn du gesund bist. Was riecht denn hier so? Das ist das Motorrad. Das Motorrad brennt. Ich weiß nicht, ob das Motorrad explodieren könnte. Wir gehen hier besser weg. Soll ich aufstehen? Keine Sorge. Ich trage dich, Schatz. Wir sollten uns beeilen. Da ist immer mehr Feuer. Mia, wir gehen hier weg. Gut, dass wir weggegangen sind. Jetzt rufe ich den Krankenwagen. Eine Stunde später. Doktor, was ist mit Mia? Ich kann es kaum glauben. Was ist denn? So etwas habe ich noch nie erlebt. Jetzt sagen Sie schon. Mia hat keine Verletzungen. Aber wie kann das sein? Ihr Helm hat sie gerettet. Es tut mir so leid, Pia. Du hattest recht mit dem Motorrad. Egal. Hauptsache, euch geht es gut. Können wir nochmal fahren? Besser nicht, Schatz. Gebt einen Daumen hoch für ein neues Video. Und klickt auf diese Folge. Und klickt auf diese Folge. zumaltegates. Was ist wirklich hier mit? Tod, seine Entscheidung. Und dad die Möglichkeit. Vielen Dank.